Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du, du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Und das werde ich. Eine Waffe. Okay. Schön. Und damit herzlich willkommen bei Doom. Das passiert, wenn man die falsche Krankenkasse hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Offenbar auf einem Altar. Ich hoffe, dieser Schädel gehört nicht zu uns. Wir liegen auf einem Altar. Aber warum liegen wir auf einem Altar? Und wer hat gerade zu uns gesprochen? Okay. Offenbar ein Sarg. Und wir werden angebetet. Wir werden uns darum kümmern. Sind wir vielleicht diesmal ein Dämon? Sicherheitsalarm. Achtung, Bereichsabriegelung. Ja, wie man schon merkt, wir spielen die Kampagne. Boah, wie geil. Okay, hier auch wieder ein Altar. Ist da... Das ist doch... Das ist doch... Der alte Marineanzug. Boah, das ist geil. Nice. Okay. Dämonen-Invasion im Gange. Starte-Scan. Scan unvollständig. Fehler melden. Verlust in der Basis. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Alles nicht verfügbar. Okay. Analysiere Fehler. Satelliten-System ist offline. Kein Signal. Aber warum? So, hier ist alles online. Alles online. Knotenpunkt 3. Da. Die Ursache für die Dämonen-Invasion kann erst bestimmt werden, wenn der ResObs-Satellit wieder online ist. Gut. Damit ist das Ziel klar. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und dass er von der Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Doomerine. Aha, der Doomerine. Neben dem Doomerine wurden weitere Relikte im Grab gefunden. Einige Beschwörungstafeln und ein alter Kampfanzug, der den Namen Praetorenanzug erhielt. Bei seinem Fund befand sich der Anzug in einem mit Inschriften versehenen Steinsarg. Er wurde aus dem Stein befreit, gereinigt und verschiedenen Belastungstests unterzogen, bei denen festgestellt wurde, dass er nahezu unzerstörbar ist. Der Anzug hat offenbar auch mechanische Funktionen, kleine Rezeptoren an den Händen, pipapo. Alter, wie geil. Es ist unser alter Anzug. Und wir, wir sind der Doomerine, der offenbar wiederbelebt wurde. Oder der hier auch als, ich weiß nicht, als, ja, als Gottheit würde ich nicht sagen, als Dämon verehrt wurde. Wir sind wieder da. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Funktion sind wir diesmal da. Genau erschließt sich mir das noch nicht. Drücke F. Glory kills. Yeah. Bam. Nice. Machen wir ein paar Mal. So. Und du genauso. So. Na nun, was haben wir hier? Die Shotgun. Ist es die Shotgun? Kampfschrotflinte. Schön. Okay, wir haben zu jedem und allem irgendwie Texte. UAC Schrotflinte, pipapo, verschließt Hochgeschwindigkeitsschrot. Das ist mega interessant und ich würde auch gerne alles lesen. Aber ganz ehrlich, Doom ist keine Bibliothek. Doom ist keine Märchenstunde. Deswegen werde ich auch soms beweisen. Die kennen wir doch. Okay. Na, wie kann man denn da? Oh, vielleicht sollte ich hier mal kurz... ICH GITZ! Und alles auf den neuen Anzug. Widerlich. So. Da flitzt er aber vorbei. Ciao. So. Ja. Das werden weniger. Ich bin optimistisch. Mal ein bisschen die Raumdeko ändern hier. Ah, der liegt da noch. Entschuldige. Mein Fehler. So. Da oben habe ich gerade noch ein Flitzen sehen. Das heißt aber nichts. Kurz Money holen. Der ist bestimmt eh gleich wieder weg. Na, wen haben wir denn da? Na, wen haben wir denn da? Darf ich Ihnen diese Frühstücksflocken empfehlen? Ah gut. Nehmen Sie das. Dämonenpräsenz eliminiert. Gut. Das hätten wir. Ich guck nochmal ganz kurz. Kriegen wir hier noch ein bisschen Muni und so? Alles mitnehmen, was wir kriegen können? Sehr gut. Da drüben haben wir noch ein bisschen Amor. Und ich habe ja gesagt, die Singleplayer-Kampagne will ich auf jeden Fall spielen. Und ganz ehrlich, es fängt für mich als alten Doom 1 und 2 Spieler, fängt es schon herrlich an. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Und das werde ich. Gut. Ich würde sagen, verlassen wir diesen Ort und ruinieren wir mal alles. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihr noch hält. Aus schlüpflig aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft geben zu können. Natürlich ist jetzt alles aus dem Kontrollen der Warten. Ja, aber ich meine, es ist ein Risiko wert, dass das nicht richtig ist. Schlauze-Lokutos-Methesta! It's... Dude! Oh, nice. Oh, wie schön, wie schön, wie schön. Ich freue mich ein bisschen. Geil. Und wir sind auf dem Mars. Wie es aussieht, würde ich zumindest vermuten. Dossier. Im Reiter Missionen werden dir die Automap, verfügbare Missionsherausforderungen und Erkundungsgegenstände angezeigt, die in der aktuellen Mission gefunden werden können. Aha, aha, aha. Das hier ist die Automap. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. W.A.S.D. Geht sehr gut. Ähm. Äh. So, müssen wir da runter? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Was haben wir hier? Waffenpunkte, Arsenal. Im Reiter-Arsenal werden verfügbare Waffen und Mods angezeigt. Auf diesem Bildschirm kannst du Waffenpunkte ausgeben, um Mods zu verbessern. Mhm, mhm. Aufgeladenen Energieschuss. Hier haben wir beides noch gesperrt. Eine Felddrohne, finde eine Felddrohne. Okay. Wir können die Waffen also modifizieren, also upgraden. Die hier auch noch ein bisschen. Haltet die Energie? Hm, 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 hm. Mein Aufgeladen. Probieren wir gerade mal. So. Und dann... Okay, ist trotzdem scheiße. So. Vielleicht später ganz praktisch, weil wir keine Muni mehr haben für die Schrot. Aber sonst momentan... Ich guck mal ganz kurz. Halt, ich schau noch mal ganz kurz bei der Waffe. Aufladeffizienz. Wir können... ...die Sachen kaufen. Die kosten einen so einen Hibbel. Und wir haben hier einen Null-Hibbel, wie es aussieht. Okay, können wir uns gerade sowieso nicht leisten. Prä-Toren-Anzug-Verbesserungen. Im Reiter Prä-Toren-Anzug kannst du deinen Anzug auf verschiedene Art und Weise verbessern. Investiere deine Prä-Toren-Anzug-Marken in verfügbare Verbesserungen. Okay. Wir können also auch den Anzug verbessern. Umweltwiderstand verbessere die Resistenz gegen Umwelteinfluss und Explosionen. Hier haben wir noch... ...verbessere die Effektivität an Navigationssysteme. Verbessere die Kapazität nach Leiderzeit von Ausrüstung. Verbessere Effektivität von... Okay. Was mir aufgefallen ist, wir haben leider noch keinen Double-Jump. Ich weiß nicht, ob wir den kriegen später. Im Multiplayer haben wir den. Hier leider noch nicht. Was ist das denn? Nichts. Ich dachte, jetzt haben wir ein tolles Secret gefunden. Alter, wie geil das hier aussieht. Also, wohnen möchte ich hier nicht. Wenn ich sowas auf Immo-Scout sehe, dann blätter ich weiter. Aber... Das ist schon... Ich vermute, wir müssen da runter. Okay. Noch ein bisschen Amore sammeln. Was ist das hier? Bereiche UAC-Kodex-Eintrag. Ein kurzer geschichtlicher Überblick. 0.1 von 0.2. Trotz der Entdeckung von flüssigem Wasser auf dem Mars im 21. Jahrhundert bot für die nächsten 100 Jahre einer Kolonisierung des Planeten wenig Anreiz. 2095 sind wir hier also. Oder vielleicht auch schon viel später. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, ähm... Wie gesagt, Doom... Oh. Doom ist keine Märchenstunde. Deswegen werde ich ausnahmsweise... Ich hoffe, man versteht das. Ich werde ausnahmsweise aber nicht so viel vorlesen. Was auch immer das hier war. Oh. Oh. Na, das war ja eine tolle Idee. Ich will natürlich versuchen, überall hinzukommen. Also, wir werden trotzdem versuchen, da kommen wir nicht hin. Wir werden trotzdem versuchen, Bereiche zu finden, die vielleicht secret sind. Yeah. Alles Gute kommt von oben. So. Ich muss hier auch nochmal ganz kurz reinhaken. So. Huch. Wer kommt denn da? Es ist Herr Flutschmann. So. Der hat jetzt aber Pause. Hüüüüüü. Ach so. So, mal ganz kurz ein bisschen Amore holen wieder. Jut. Huch, können wir den eigentlich auch per Handpack-Loppo? Das geht super! Okay, der braucht ein bisschen mehr Schläge als der andere, bis er drüber nachdenkt. Dann machen wir's eben so. Wow, du kleiner Zippelmann. So, haben wir alle. Speicherpunkt erreicht. Sieht gut aus. Jetzt nochmal ganz kurz wieder aufladen. Haben wir schon aufgeladen. Jetzt hier nochmal ein bisschen Muni holen. Da geht's gleich weiter, aber erstmal natürlich ganz kurz. Gesundheit haben wir eh schon auf Max. Brauchen wir gar nicht alles, was hier rumliegt. Da hinten ist noch ein bisschen Muni. Achso, brauchen wir glaube ich auch nicht, sonst hätten wir die ja schon geholt. Okay. Gut, schön war's. Ah, wir brauchen eine blaue Keycard. Offenbar gibt's die, gibt's die da hinten? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir erstmal hier lang. So, das ist kein Doom Marine, denn wir sind der Doom Marine. Inzwischen ist glaube ich eine neue Generation hier unterwegs. So, aber wir sind immer noch the one and only. Eine blaue Schlüsselkarte. Hervorragend. Auch das übrigens aus den alten Doom-Teilen. Keycard suchen. Wer liebt es nicht? Zugang gestattet. Dann gehen wir weiter. Was? Granaten. Schön. Ich dachte wir wollen sich das jetzt mal angucken. So, jetzt haben wir, ach war nur eine Granate. Das ist aber nicht so viel, ehrlich gesagt. So, ein bisschen Yoga gemacht. Einmal kurz genickt und drüber nachgedacht. So. Wo geht's hier hin? Na, das sieht auch sehr schön aus. Haben wir eine Granate zu? Will ich? Nein, haben wir natürlich nicht. Oh, das macht das... Ah, jetzt haben wir eine Granate wieder. Ach, die respawnen an der Weile. Das ist ja großartig. Guck mal hier. Überraschung. Geht ein bisschen ins Kreuz. Aber es ist eine gute Behandlungstherapie. So, Granate. Okay, also Granaten respawnen an der Zeit wieder im Inventar. Ich weiß nicht genau wie sie das tun. Oder man findet halt eine Kiste. Das ist auch schön. Mehr als 50. Amor können wir nicht haben. Das ist schade. Automap-Station. Retourenanzug-Verbesserung. ARIA-Scanning-Technologie freigeschaltet. Schön. Okay, Automap gespeichert. Dann guck ich mal ganz kurz rein. Oh Gott. Äh, 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 was? Okay, die blauen Bereiche sind die, wo wir schon waren. Können wir auch schneller zurück? Vielleicht können wir schneller... 2D, 3D? Ah, okay. 2D ist wie bei den alten Maps natürlich damals. Ähm, hier ist ein Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Interessant. Da kannst du jetzt auch sehen... Achso, wir sind hier runter gedroppt und dann sind wir nicht da zurückgegangen. Gut, das ist, glaub ich, verschmerzbar. Hier ist ein gesamter Bereich, wo wir überhaupt noch nicht waren. Theoretisch wär's also geil, wenn wir... Und was ist das da? Oh, es ist... Sammlerst... Uh, Sammlerstück. Wir sind grad da durchgegangen und können dann da nach oben. Da gibt's ein Sammlerstück bei der... blauen Tür offenbar. Ich glaub, wir haben ein Secret übersehen. Ich weiß aber nicht, ob wir da nochmal hinkommen, ehrlich gesagt. Denn dazu müssten wir dort nach oben... Da kommt... Scheiße, da kommen wir nicht mehr hoch. Ah, warte. Doch, wir kommen doch hoch. Erstmal... Hier, Muni, brauchen wir nicht. Okay, hier gibt's irgendwo ein Secret. Ähm, ehrlich gesagt, wenn wir das machen, möchte ich das... Ne, das möchte ich dann auch wirklich. Da können wir uns irgendwo runter droppen lassen. Was ist das hier? Ist das jetzt über uns? Das müsste über uns sein. Wir müssen eigentlich wieder zurück. Ähm, nicht hier hin, sondern... Es müsste hier irgendwo um... Komm mal da hoch. Scheiße, vielleicht hier? Ah, fuck it. Es müsste aber eh hier irgendwo sein. Da oben! Ah! Aber wie kommt man... What the fuck? Wie kommt man denn da hin? Okay, es gibt Secrets. Ich hab keine Ahnung, was das da oben ist. Es gibt Secrets, aber ich weiß noch nicht genau, wie wir an die rankommen. Hier auf jeden Fall nicht lang. Aber hier... Ja! Geil! Oh! Und im Hintergrund ganz leise die alte Dummelodie. Extras freigeschallt. Kampf-Schrotflint-Model. In jeder Karte gibt es zwei UAC-Marine-Typen zu entdecken. In jeder Karte. Beide werden je ein Modell freischalten, das du anschließend im Sammlerstücke-Menü ansehen kannst, sie alle zu finden. Achso, versuche sie alle zu finden. Ähm, kann nach der Auswahl eines Kampagnen-Spielstands aufgerufen werden. Okay, also jetzt noch nicht, sondern erst später. Aha, aha, aha. Area-Scanning-Technologie-Ausrüstungssystem. Ach, das alles war vorher noch alles verbesserte Kapazität. Also theoretisch sollten wir jetzt zwei Handgranaten freischalten. So. Ähm, wir müssen hier durch. Cool. Haben wir einen Marine gefunden? Hm. Den anderen kriegen wir auch noch, bin ich fast sicher. So, hier unten war man noch gar nicht. Freunde! Fröhliche Weihnachten! So. Das war's auch noch nicht. Natürlich war's das auch nicht. Hä? Wo ist denn der hin? Hä? Der hat sich gebeamt? Okay, das war's. Da geht's... Ja, hier geht's eh nur runter. So. Okay, wenn man den einen wegkickt, dann kann der andere in der Zeit... ...schon zuschlagen. Das führt uns... Irgendwie haben die uns hier hingeführt. Ich weiß nicht genau. Geht's hier weiter? Da geht's offenbar noch rein. Aber wie... wie kommt... Äh... Das sieht auch ein bisschen aus wie die alten Doom-Türen, oder? Ich weiß gar nicht, oder? Verwechsle ich das gerade? Kommt mir so ein bisschen vor, aber ich weiß nicht genau, wie wir da jetzt reinkommen. Da führen Rohre von weg? Ob das was zu bedeuten hat? Ich glaube nicht, die führen einfach nach da unten. Alter... Ich glaube, da geht's nicht weiter. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Der Anzug ist zwar unzerstörbar, aber... Vielleicht hätte er auch seine Limits. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da... Warte, mach ich mal ganz kurz folgendes. Ähm... Wir könnten da rein... Also wir können jetzt hier oben drauf, glaube ich. Da unten... Angeblich haben wir schon erforscht... Aber das stimmt gar nicht. Hier unten ist noch grau. Ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen. Und das da oben ist ne andere... Ist ein anderes Level. Da waren wir aber auch noch nicht hier. Diesen... Diesen Pfad. Ähm... Haben wir auch noch nicht abgesucht. Ich geh mal ganz kurz nach da oben, ne? Nun mal ganz kurz gucken. Wir könnten natürlich schon viel weiter sein, wenn ich nicht dauernd gucken würde. Aber ganz ehrlich... Ist das hier ne Druckplattform oder irgendwas? Ah, hier kommen wir dann auch rüber. Ist keine Druckplattform. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir hier reinkommen. Nope. So, da oben ging's weiter. Das probieren wir gleich mal. So... Okay... Lass mich unten schauen. So... Er hat's offenbar noch nicht geschafft. Da kriegen wir auch nichts Neues von. Hier... Ah... Okay... Hier hätten wir auch rüber springen können. Okay... Alles gut. Gibt offenbar ab und zu mehrere Wege, wenn man weiterkommt. Problem ist nur... Man könnte da aber was übersehen. Wie zum Beispiel hier unten. Oh, nice. Willkommen bei der UAC, neue Fürsprecher. Dieses Handbuch soll ihnen dabei helfen, sich möglichst reibungslos in die Argent-Einrichtung auf dem Mars einzufügen. Ihr Engagement bei der Mars-Mission der UAC ist der Grundstein für einen Paradigmenwechsel, dank dem wir die Menschheit in die Zukunft führen können. Aber ganz ehrlich, wenn das hier die Zukunft der Menschheit ist... Naja, dann... Bleib ich lieber in die Vergangenheit. Achso, wir... Ja, wir sind ja eh schon voll. Ich... Ich kann ja gar nichts mitnehmen. Wir sind ja einfach zu gut. Und ich wünsche dir das nicht gesagt. Ich werde gleich sterben. Was ist das denn? Kampf-Unterstützungs-Drohne. Benutzer-Konfiguranzung im Scan. Zeige verfügbare Modifikationen. Äh... Felddrohnen liefern dir Waffen-Mods, die du mit der Mod-Taste aktivierst. Wähle eine Mod, damit sie an deiner Waffe ange... Dann wird sie an deiner Waffe angebracht. Mit Waffenpunkten kannst du die Mods noch verstärken. Aufgeladene Salve oder Explosionsschuss? Bogenbildender Explosionsschuss oder aufgeladene Salve? Drei Geschosse mit minimaler Streuung. Ich nehme mal... Mehr Wumms. Sofortladen. Schnellladen. Ich mach mal ehrlich gesagt Explosionsschuss. Gefällt mir ganz gut. Oho, der Arme! Der Arme! Er hat die ganze Zeit das Ding für uns gehalten. Huch, was ist das denn? Nichts, okay. Können wir bestimmt auch gleich ausprobieren. Es riecht ja... Es war schon wieder viel zu lange ruhig, weil wir rumgesucht haben natürlich. Wow, Explosionsschuss ist ganz gut. Ich sollte ja keine sofort... Ich sollte ja diese Insta-Kills nicht machen. Außer hier natürlich. Da darf ich. Alter. Nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Amor schon weg. Ich sag ja, ich hätt's nicht sagen sollen. Du da oben. So, die kommen aber schon gleich runtergehüpft. Natürlich. Wenig Munition. Scheiße, wir müssen so ein bisschen... Muni holen. Aber ganz ehrlich, wir haben ja noch... Wir haben ja noch eine Außenposten, wo wir Muni holen können. Wo geht's denn hier hin? Oh Gott, ich will's gar nicht wissen. Wir wissen ja noch, wo wir Muni kriegen. Wo geht's denn hier hin? Achso. Hm. Auch schön. So, hier gibt's noch ein bisschen Muni. Da gibt's noch ein bisschen Muni. Amor wär mir auch lieb. Ah, ich hol mal kurz das Schutzschild. Das kommt man ja vorhin nicht nehmen. Jetzt können wir's brauchen. Hätte ich's vorhin mal nicht gesagt. Sehr gut. Auf jeden Fall, wir brauchen mehr Ladekapazität bei der Schrot. Oder bei was auch immer für Waffen wir noch kriegen werden. Weil momentan knabbern wir quasi am unteren Limit. Okay, weiter geht's. Die Frage ist, geht's oben weiter? Oder geht's unten weiter? Nice. So, dann gehen wir hier mal weiter. So, wir müssen offenbar nach oben, wie's aussieht. Die locken uns noch. Was ist das denn hier? Oh. Okay, das ist cool. Geheimnis gefunden. Waffenpunkte. Du hast ja einen Waffenpunkt verdient. Diese Punkte kannst du in die Verbesserung deiner Waffen-Mods stecken. Rufe dazu den... Ah, geil. Explosivschuss haben wir schon. Ähm, rasche Erholung. Mehr Wumms. Sofortladen. Reduziert die Aufladezeit zwischen Explosivschüssen. Erhöht die Größe der Explosion. Entfernt die Aufladezeit. Oder hier. Da kann man nix machen. Wir können nur den Explosivschuss ein bisschen aufwerten. Reduziert die Aufladezeit. Oder, ich würde sagen, die Größe der Explosion, oder? Ah, klar. So. Äh, was? Achso, mehr Wumms erhalten. Okay. Äh, die kosten dann drei. Warte. Oh, Mann, die Musik. Der Imp-Modell. Klassik-Typ. Ach, krass. Wir können die klassischen Imps freischalten? Also, diese hier. Die können wir als alte Modelle, als Pixel-Modelle... Das kann ich fast gar nicht glauben. Das kann ich fast gar nicht glauben, dass wir hier die Pixel-Modelle reinladen würden. Oh. Oh, nein, das war nicht so gut. Das war schon besser. Frage, wo ist der andere? Hier war noch ein anderer. Oh, da sind mehrere. Der hat uns leider erwischt. Aber gerade mal fünf Arme gekostet. Alles gut. Manchmal sind die Plattformen auch ein bisschen einen Müll zu hoch. Ah, gut. Schild kann ich brauchen. War mal nen Fiesen irgendwo. Das ist aber die Billigen. Okay. Ich wollte... Ich wollte noch nicht hier rüber. Ich wollte erst mal hier. Hier geht's ja offenbar auch noch weiter. So, jetzt... hab ich Zeit für dich. Schlaf! Mann! So, ein Granätchen. Das tut uns gut. So, gegen Kopfschmerzen. Was war das denn gerade? Ich will es gar nicht wissen. Ah, von hinten, du Drecksau. Boah, die werden uns jetzt alle ins Kreuz gefallen. Also, ab und zu auch mal hinten wieder sauber machen. Hui! Scheiße. Fuck, ich brauch Muni. Ich bin zu viel rumge... rumgekaspert. Haben wir da hinten noch irgendwo Muni rum... Oh, 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 oh. Wir kriegen Besuch. Offenbar verfolgt der uns auch gerne. Aber wie konnte der uns von da unten wegschießen? Wenn's da nicht auch ne Verbindung gibt. Scheiße, jetzt müssen wir eben mit der Kaspar-Kanone rum... rumlaufen. Wo ist der? Egal. Keine Zeit. Oha, hier unten. Oha, hier unten. Oha, hier unten. Jetzt kriegen wir noch Schaden von unten oder unten. Unten. Ich hab schon hier einen komischen Vogel gehört. Irgendwo ist hier ein Vogel, ich weiß nicht genau wo. Da hätte ich drauf schießen sollen, ich beruhige. So, kriegen wir hin. Auch mit der Handgurke kriegen wir das alles hin. Da oben geht es auch noch weiter. Okay, wir brauchen... Wow. Oh, wie geil das hier einfach aussieht. Schön. Nice. Das können wir gut brauchen. Was wir aber auch brauchen, deswegen kam der Schuss da auch durch. Was wir unbedingt brauchen ist Muni. Ich hab mich da wohl ein bisschen vergurkt mit Munition. Jetzt muss ich dafür büßen. So, nehm ich nur mit. 42, da kommen wir gleich wieder auf 50, ist hier auch noch was drin. Oh, Muni. Nice. Äh. Äh. Kann man schon mal ein bisschen von nachher aufräumen. Ja, Ziele ein bisschen schwieriger aus der Entfernung, aber egal. Ne, wir haben immer so ein bisschen Verriss. Aber das kriegen wir schon hin, das brauchen wir nicht. Haben wir noch irgendwo Muni... Was macht denn der da? Da eiert ein Eimer. Munition. Schon wieder dieser komische Vogel. Muss hier auf dem Mars sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Huch. Keine Ahnung was das war. Okay, wir arbeiten uns vorwärts. Da oben ist noch mal Munition, die werden wir nicht mitnehmen können, weil wir jetzt wieder volle Muni... Ich sage, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen mehr Ladekapazität. Und vor allen Dingen müssen wir mal gucken, wir müssen immer so ein bisschen schauen, wo es weiter geht. Es ist nicht immer ganz so einfach, aber ganz ehrlich, das finde ich gut. Das ist nämlich ebenso wie beim alten Doom, da muss ich da auch ab und zu mal gucken, wie geht es überhaupt weiter. So, hier kommen wir nun wieder zurück. Ne, genau, ich wollte nur mal gucken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. So, und hoch. So. So. Okay, da kommen wir wieder raus. Willkommen bei der ULC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Mhm. Wirkt glaubwürdig. Wenn man sich hier umguckt. Das sind keine Unfalle, das ist ja gewollt. Verlassen. Ne. Schön. Extras, Erkundung. Haben wir denn, haben wir, haben wir Elite Wachen, Felddrohnen, was heißt denn das? Herausforderung nicht verfügbar, Kampf nicht verfügbar, was? Erkundung. Wir haben ein, so ein Ding, ein Upgrade gefunden von 2. Wir haben uns auch extra umgesehen. Und 2 Extras von 3, glaub ich, haben wir mal gefunden. Ich bin mir gar nicht so sicher, was dieser, ne, und Elite Wache haben wir keine gefunden. Das ist merkwürdig. Wir sollten also auch immer die grauen Bereiche, die müssen wir auch mal so ein bisschen angucken. Immer schön die grauen Bereiche. E1M1, die Errungenschaft haben wir grad gehalten. E1M1, oh ist das schön. Ach ja, viele, viele schöne Anspielungen damals. Befreit aus deinem Gefängnis im Kampf mit dem Bösen, so beginnt der Kreislauf erneut. Um die Quelle der dämonischen Invasion zu finden, musst du zunächst den Kommunikationssatelliten in der Ressourcen-Operationszentrale neu ausrichten. Okay, da sind wir ja gerade dabei.